Ja, jetzt kann ich sie da unten machen. Wir müssen uns aber verraut, weil ich will so gerne so kommen. Ja, das war ein guter Schmäh. Das war ein guter Schmäh. Gut, dass der Elvis des Tages so niedermacht hat. So laschen und montieren, ganz einfach. So. Wir fahren jetzt ganz sauber. Weitere Meldung ist auch hier. Wir wollen die Bahnen fangen zu. Die Bahnen werden schaden ab. So weit wie möglich auf ist und so weit wie möglich rum. Ja, du kannst dann ja. Du kannst dann ja fangen. Kannst du da auch noch fangen? Ja, ja, Elvis. Du kannst ein bisschen her, wenn der fährt, wenn der fährt. Dann lassen wir ihn überstehen sogar. Ja. Geht schon? Nächstes? Oder wie? Nächsten zwei. Ja. Gut, dass das Bleich schon mal ist. Sonst werden wir ordentlich schwitzen. Wie? Also wenn es spiegelt. Wenn es spiegelt. Wenn es spiegelt. Wenn es spiegelt. Wenn es gar Sonnenbrand. Dann.